Das Vorgangspassiv mit Werden. Wir nehmen die konjugierte Form von Werden und das Partizip Perfekt. In der Zeitung stand, dass meine liebe Hannah beim Schulabschluss als Klassenbeste mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Es muss anerkannt werden, dass sie unglaublich viel gelernt und sich gut auf die Prüfung vorbereitet hat. Das muss gefeiert werden. Herzlichen Glückwunsch, liebe Hannah!